So, wieder ein Feld, fertig gerodet. Heute Nachmittag fahren wir bei mir weiter. Sorte Viktoria. Ziel ist, etwas mehr als fünf Zigarren roden und dann Freitagnachmittag den Rest und dann bin ich auch bis auf dem Bauerhaus fertig. Liebe Jeter Bründe, bei Sonnenstein und starkem Nordwind bin ich jetzt auf meinem Hacker und jetzt läuft es ähnlich rum. Am Anfang hatten wir Probleme. Zwei oder dreimal nacheinander an verschiedenen Orten einen Stein eingeklemmt. Es war echt mühsam zum Start. Aber jetzt läuft es. Ich fahre 2,2 km und die Kartoffeln sind recht schön. Jawohl. Ich bin hier bei YouTube, Freunde. Halb sieben. Ich bin hier bei YouTube, Freunde. Wir stoppen unsere Arbeit auf dem Feld und fahren morgen weiter. denrutten Nachmittag haben wir trotz Anfangsschwierigkeiten Die Maschine hat dreimal blockiert, musste da Steine herausschlagen. Trotz diesen Schwierigkeiten haben wir 42 kleine Boxen gerodet.